Peace Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin und Calvin und heute gibt's die, was soll ich einfach dazu sagen, fette Pizza Challenge. Ja, Riesenpizza Challenge, das ein Pizzablech hat jeder. Ohne Nase. Bett essen, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wir machen keine armen Sachen. Ja, unser Ziel ist es, auf 200 Kilo zu kommen. Deswegen die ganzen Essen-Challenges. 2017 Vorsatz, Langzeitprojektexperiment. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ja, es wird wieder sehr fettig. Zwei dicke Pizzen am Start. Auf jeden Fall. Und wer seine schneller isst, beziehungsweise wer mehr Stücke geschafft hat, der gewinnt. Ja, wir zeigen mal. Ich zeige euch mal den schönen Inhalt. Oh, sehr leicht. Zwei. Oh mein Gott. Ey. Mit Knoblauch noch. Margarita mit Knoblauch. Hier sieht man auch die Knoblauch. Junge, junge, junge. Richtig heftig, ey. Und jeder hat gleich Stücke, ne? Ja, jeder hat auch noch. Jeder hat ein Glas. Parade. Jo. Also trinken. Genau, ein Glas für jeden. Nur ein Glas, mehr nicht? Ein Glas, mehr nicht. Okay, nur ein Glas. Die Pizza ist so fettig, die rutscht ja auch so schon eigentlich. Ich hoffe, du hast viel Hunger mitgebracht. Ich habe richtig viel Hunger. Oh, nochmal. Mal gucken, mehr Stärker. Ah ja, der Verlierer kriegt am Ende eine Strafe auf jeden Fall. Die Strafe. Die sagen wir am Ende. Genau. Und ja, würde ich einfach mal sagen, geht's schon los, oder? Geht eigentlich schon los, oder? Geht eigentlich schon los, oder? Boah, da ist voll viel Knoblauch. Boah, da ist richtig. Hier will ich mal die ganzen Knoblauch. Boah. Boah. Okay. Okay. Ich zieh dich ab, würde ich sagen. Ich zieh dich ab, Mann. Falls wir den Rest nicht schaffen, geben wir halt an Familie weiter. Ja, klar. Die Freunden. Die Freunden sich hier schon hinten im Hintergrund. Ja, aber ihr werdet nichts abbekommen, weil wir alles auflösen. Ein bisschen Blöden. Bist du ready? Ja, Mann. Drei, zwei, eins, go! Boah, bist du blöd? Was geht bei dir ab, Mann? Alter. Ich hab ne Taktik. Aber du musst gewinnen, nicht genießen. Du musst an der Kamera. Ja, das weiß ich. Boah. Die ist gut. Beste Pizza, Leute. Hier in... Und man muss den Rand auch aufessen. Den Rand auch, ja. Nicht Stücke hier liegen lassen. Leute. Daumen hoch, wenn ihr jetzt Hunger habt. Daumen hoch. Auf Pizza, ey. Daumen hoch. Boah. Doch, mach mal was Koch. Ich werd alles schaffen. Hahahaha. Beim ersten bisschen. Wo bist du, kreuz und quer? Ähm... Ja, manchmal versuche ich nicht so dicke Stücke zu nehmen. Ja. Das war ein Tipp, ne? Das ist ja im Plan, also. Ja. Du wirst früher oder später abpacken mit dem Doppelten. Glaub mir. So. Sonst siehst du die, die sind die größten. Aber die sind schon große, die lasse ich jetzt weg. Muss aber auch nicht das kleinste Grad machen. Ja. Ja. Kannst du schmecken? Na, brauchst du nicht mehr. So scharf alles noch. Vor einer Sekunde. So ist das hier mit dem Spocken. Wie geht's dir? Auf mein Sieg. So viel zu dich, Junge. So gut, Junge. Du. Bestens, bestens. Willst du die haben? Du kannst mal ein ganz großes Stück hier haben. Hier die rein. Voll abgelegt, Leute. Hängt ja mal zum Hals raus, ne? Mhm. Wie das, ne? Kannst du nicht mehr? Ich hab auch Schmerzen. Voll. Gib's auf? Ich gebe auf. Habt ihr gehört, Leute? Ja. Gib's auf. Boah. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich hab keine Bauchschmerzen. Ein Stück geht gar nicht mehr. Ach ja. Zähl mal ab. Wenn ich das mache, hab ich schon. Ja. Eins, zwei. Fünfzehn hab ich. Dann musstest du nur drei. Dann krieg ich unmöglich rein. Mit diesem Wissen, dass ich drei nicht mehr reinbekomme, muss ich leider nicht die Flaggen geben. Es können sogar, ja selbst wenn ich die nicht esse, hätte ich gewonnen. Ja. Muss es dir auch nicht rein. Aber Leute, Ehrensache. Ehren... Ehren Speck. Boah, hab ich zwölf Pizzastücke verdrückt. Speck zwölf und ich habe... Die Hälfte, ein halbes Partyglisch. Boah, ein Hälfte. Du eins. Nein. Nicht eins. Warte, ich glaub ich, das waren 24. Oh ja, genau. Neun Stück. Ich glaub, du hast heute morgen nicht viel gegessen, ne? Tein Müsli. Hallo Sophie. So. Damit... Hast du verloren? Ja. Und zwar habe ich neun Stücke, dann haben wir zwölf Stücke verputzt. Hm. Dann würd ich sagen, ich ess kurz auf. Wir haben das weg. Du isst jetzt die Sache nachher auf? Oder nachher nicht? Ich weiß. Und dann sehen wir uns gleich bei der Strafe wieder. Bis gleich. Ey, was machst du da? Dann machen wir uns auch einen Drink. Nice! So, nein, das wird kein Drink. Das wird kein Drink. Du musst nichts trinken. Wir haben hier einmal sowas wie Tabasco, ne scharfe Soße und Senf. Ist das scharf? Äh, medium. Würzig. Auf jeden Fall habe ich die Idee von einer Zuschauerin und zwar als Strafe. Hast du eine Strafe die einfach so bekommen? Ja. Achso. Ihr könnt uns auch immer gerne Strafen schicken. Am besten auf Insta direkt oder sowas. Stimmt. Wir machen ja meistens nach den Challenges immer eine Strafe. Und zwar, äh, habe ich noch was? Das ist wie ein Scherz. Eine Zahnbürste. Ey, nein, Digga. Du musst dir zehn Sekunden lang mit Senf die Zähne putzen. Oh, Mann, Alter. Und dann mit der scharfen Soße nachgurgeln. Ah. Zehn Sekunden lang. Das ist heftig. Zehn Sekunden nachgurgeln, dann kannst du ausspucken. Oh, shit, Mann. Die machen wir mal schön zwei. Die ist, was? Ist die nice? Ja, ist extra neu. Achso. Also, ich sputz mir jetzt da mit zehn Sekunden die Zähne. Ja. Und gurgle das danach. Ja. Zehn Sekunden, Mann. Ey, betreibt man dich mal. Was ist das denn? Ja, so, dass du gurgeln kannst. Ab ins Warenzimmer, Leute. Die Stunde. Da stehst du wieder. Mal wieder. Boah, guck das mal an. Ah. Mach das mal. Mach das mal. Mach auf damit, Digga. Das ist nur... Alter, chill. Wie sieht das aus, Mann. Das ist nur... Ekelhaft. Was? Bezahlen wir es ja, du Affe, Alter. Halt mal hier drüber, bevor ich klecke. Ekelhaft ist das hier. Ja, wir haben hier schönen Saft noch, Alter. Ekelhaft, Digga. Damit jetzt zehn Sekunden. Ich zähle die Zeit. Zehn Sekunden. Guck mal, wie viel das ist. Innen. Drei. Zwei. Eins. Go. Eins. Zwei. Auch innen. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Jetzt gurgeln. Zehn Sekunden lang. Gieß mal normal. Eins. Zwei. Ah, das ist ne. Trinke was her. Trinke was her. Trinke was her. Du hast doch was her. Trinke was her. Geht dir? Bitte, bitte, bitte. Du hast was. Wo ist das? Hier! Hier, nimm! Oh... Was ist's? Nimm Wundwas dann! Wo geht auch du? Als ob das so schlimm war jetzt! Als ob das so schlimm war! Was machst du? Was machst du? Ja, nimm nicht alles, Mann! Das ist von Mama! Guck mal, das überschwemmt gleich! Reicht! Junge, mach raus, das überschwemmt! Das reicht jetzt! Diese Enkel! Was ist das doch mal gewesen? Übertreibst du den? Nein, das war so widerlich! Das ist ekelste, was ich meine Hände getrunken habe! Weil Gurgeln... Du sollst nicht trinken Gurgeln, ne? Ich hab nicht getrunken! Das Gurgeln, du spürst einfach alles! Echt? War das scharf? Auch! Aber ey, ich hab ein Kotz gefühlt so... Boah, Junge, das muss direkt raus! Auf jeden Fall ist das richtig gut durchgezogen! Daumen hoch für die Strafe! Danke nochmal für die Strafe auf jeden Fall! Boah, wir haben die Strafe gemacht! Also übelst verwehrs! Auf jeden Fall, die Strafe habe ich von QueenEye16 blende ich nochmal hier ein! Richtig nice! Wir können uns wie gesagt immer Strafen schicken! Und ja, natürlich können wir uns auch folgen auf Instagram und Snapchat! Hier mal fit! Hier came in Fitti! Bam! Nice! Ansonsten schöne Grüße an Daphina Banjika! Bam! Du bist Glocke aktiviert! Danke dafür! Wenn ihr auch von uns gegrüßt seid wollt, wir uns dann einfach abonnieren! Auf die Glocke klicken daneben! Dann auf aktivieren klicken! Und dann geht immer den neuen Nachschub, wenn ich ein neues Video aufgeladen habe! Dann schreibt in die Kommentare! Hecht der Glocke aktiv? Wenn du willst, ihr habt die Glocke aktiviert! Genau! Und dann, mit ein bisschen Glück, wenden wir euch an und grüßt euch im Video! Und ansonsten würde ich sagen, Bis zum nächsten Video! Ja! Bis zum nächsten Mal!